Er singt. Ein Sänger. Kann ich das sein? Nein, das ist ein Tenor. Der Schurke hat mir meinen Schlafrock, meine Frau und meine Zelle gestohlen. Kaum beginne ich mich ein bisschen ins Gefängnis, schon zieht sich meine Frau ein Heldentil aus dem Schrank. Da bleibt mir nur eins. Ich besuche mich selbst im Knast. Das ist doch völlig wahnsinnig. Jetzt sind Sie mitten im Raum. Warum tun Sie denn so, als ob Sie ein Blindenhund wären? Sie sagten, Sie sind blind. Ich bin nicht blind. Ich heiße blind. Ich bin der Anwalt, du Penner. Bleibt mal! Der Anwalt! Ich hole einen Held von Eisenstein! Was ist denn hier los? Das ergibt doch keinen Sinn! Jetzt geht er Sie zu holen und Sie sind doch da! Ich bin nicht nur da! Ich bin auch dort! Das ist ein Fakt, und so ist das eben. Was wollen Sie überhaupt hier? Sie haben mich doch rufen lassen! Ich! Ja! Gefängnisdirektor hat ausdrücklich gesagt, dass Sie, Herr von Eisenstein, mich haben persönlich rufen lassen! Und wenn der bekloppt ist? Das kann schon sein! Ich bin nicht ich, sondern der! Aha! Wissen Sie was? Wir tauschen! Tauschen? Ja! Ich werde Sie, Sie werden ich! Vorfall von Eisenstein! Ja, ist denn das so schwer? Stimm mich! Wollen Sie mir meine Kleider ausziehen? Jawohl! Das wird ein Bild für die Gacka! Ich bin blind! Ja, das werden wir ja sehen! Ist der Anwalt? Ich bin blind! Ich bin blind!